Nicht mal ein Jahr nach den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki testet die US-Armee zwei neue, noch schlagkräftigere Atombomben im Bikini-Atoll. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Heute ist es endlich wieder so weit. Ich hatte kurz Angst, dass Nico heute wieder da ist. Heute kommt eine neue Episode von Sascha liest Kommentare. Das heißt, ich war wieder unter meinen Videos unterwegs, um eure Kommentare zu lesen. Leute, ganz übel. Jetzt ist mir plötzlich wieder so schlecht. Ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar von der letzten Episode. Let's go! All vor einem Monat. Danke dir, Digger. Sehen uns wieder in einem Jahr. In einem Jahr? So früh? Ich denke, wir haben richtig fette Sachen für Vorbereitung zur Black Friday. Aber auch nochmal Grüße an die Community. 35.678 Daumen nach oben auf diesen Kommentar. Das zeigt einfach, wie viele Menschen da draußen, insbesondere auch ich, an mich glauben. Also, äh, äh, also... Mein Opa hatte damals von dir erzählt. Damals, als er noch jung war. Danke, dass ich das doch miterleben konnte. Simon, wer ist dein Opa? Dank Sascha habe ich meinen Wochenrhythmus nach einem Jahr wieder. Danke dir, Digger. Und schönen Sonntag. Nicht nur an Vincent, sondern an alle, die dieses Video heute sehen. Einen schönen Sonntag euch. Dumm, wer heute arbeiten war. Ich glaube, eine Auszeit von YouTube würde dir gut tun. Einfach mal den Kopf frei bekommen und neue Inspirationen sammeln. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Sascha. Keine Sorge, mein Urlaub fängt ab jetzt an. Marcel, kannst du mir ein Eistee bringen? Klar, kein Problem. Oh, Mann. Bester Urlaub meines Lebens. Oh, Mann. Immer diese Arschbauer. Ein Jahr kein Video. Dann plötzlich ein Video, das dann sogar fast sechs Minuten geht. Und ohne Werbung. Ohne Werbung. Mein RTL. Und das heutige Video ist gesponsert von Displayed. Displayed macht hochqualitative Drucke auf Metall. Wie von meinem Freund Rohat. Wo kommt denn auf einmal der ganze Rauch her? Wer könnte mir in dieser Situation nur helfen? Standard-Skill. Bester Mann. Displays kann man mit Hilfe von Magneten ganz einfach an der Wand befestigen. Kein weiteres Werkzeug ist nötig. Sorry, Doc. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wo ist Rohrat hin? Wir sitzen hier zu viert als Kumpels. Mit jedem Display, das du kaufst, pflanzt du auch automatisch einen Baum. Ich habe euch meine Lieblingsbilder zusammengestellt und in der Videobeschreibung verlinkt über diesen Link bekommt ihr zusätzlich noch bis zu 44 Prozent Rabatt. Danke, Displayed. Im Namen von Rohat und von mir. Danke an Displayed für die geile Kooperation. Mein RTL. Der Tag könnte nicht besser sein. Danke, Sascha, dass du so oft hochlädst. Master, ich sag dir eins, als du ohne Werbung geschrieben hast, da ist kurz mein Leben an mir vorbeigezogen. What a time to be alive. Klasse Episode. Hab deine Videos echt vermisst. Max, halt's mal. Pünktlich um 18 Uhr, so wie gewohnt. Danke, Sascha. Edit. Ich habe erst jetzt die Videobeschreibung des Videos gesehen. Es tut mir aufrichtig leid und ich möchte mich hier bei allen entschuldigen, die diesen Kommentar lesen. Du, Mathe, glaubst du, ich schreibe auch umsonst eine Videobeschreibung? Es lohnt sich immer, in die Videobeschreibung zu schauen. Ein 7 Minuten Sascha-Video. Ich fass es nicht. Nach dem TikTok werde ich offiziell. Wie er Simpson ausgesprochen hat, hat mir das Herz gebrochen. Was ist an Simpson falsch? Einfach Hamid. Wie geil. Das ist ja geil. Das ist echt mega, dass du in deinen Videos so viele Leute integrieren kannst. Hey, ihr geilen Leute. Ich bin jetzt hier bei dem krassen Jan bei unsympathisch.tv. Ich grüße alle meine Zuschauer. Jeremy Fragrance, the number one Fragrance-Icon. Ich liebe euch. Und jetzt los geht's mit einarmigen Liegestütze. OMG, hoffe, es kommen jetzt wieder mehr Videos zu viert, beziehungsweise generell wieder wie früher. Habe diese Gruppe echt vermisst zu schauen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Alter, da bin ich aber mal so was vor. Jungs, ich bin am Start. Bitte mehr, mehr, viel mehr, noch mehr mit Nico zusammen. Nein. Sascha sucht vier Bilder aus Schleswig raus. Auf drei Bildern ist nicht Schleswig zu sehen. Perfekt. Ich korrigiere mich. Jetzt kommen vier Bilder aus Schleswig. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr da draußen, kurz Ohren spitzen, Tinder-Chats, Tinder-Profile oder sonstige Chats habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Danke nochmal für euren Support. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Ey, das ist phänomenal. Das ist mega. Aber jetzt, ab in die Liga. Junge, wie nah warst du voll?